Die Geburt deines Kindes wird nicht so krass sein, wie der Moment, wo ich Ideas finde, dieses Kind. Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Sterben. Und wir sind immer noch in einem komischen Dungeon-Minen-Ding, was auch immer das ist. Und wir sammeln noch Kram ein. Sind gerade nicht beieinander. Ich glaube, die beiden Boys, die chillen zusammen. Ich sehe euch beim Namen mehr. Nee, ich bin weggegangen, weil Stan hat so eine leichte Aggression gegen mich. Ich glaube, der will mich umbringen. Deswegen bin ich unter der Lava. Ich glaube, der tropft Lava runter, deswegen baue ich das mal ab. Und, oh, da kommt Lava runter, Stan. Und hier gucken wir einfach weiter. Hier sind überall Gegner. Geh da weg, ich glaube, da kommt Lava runter. Ich höre überall Gegner. Siehst du, dass Lava runterkommt? Die Gegend ist so komisch hier, aber ich feier die. Ich mag das. Achtung, Stan. Achtung, Stan. Geh da weg. Geh da weg. Ich schwöre, geh da weg. Wie geht's runter? Meinst du hier Lava? Ja, da? Ja, geh da weg, Stan. Geh da nicht hin, geh da nicht hin. Stell ich mir direkt davor. Stell ich mir direkt davor. Oh shit, ich gehe weg, ich gehe weg. Oh shit, shit. Oh, das fängt gleich an zu fackeln, das fängt an zu fackeln. Shit, 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 die verfolgt mich. Nein. Was habt ihr getan, guys? Ich baue die, ich habe jetzt Iron Ding vorgebaut. Reicht das, um das abzuhalten? Nein. Iron Ding? Du brauchst ein Iron Ding. You will die. Ich habe Iron gebaut, damit du die Lava aufhält. Tod für immer. Ey, was ist das für ein System hier? Das ist cool, ne? Das ist total... Hier ist so viel Zeug, aber kein... Oh, das ist jetzt ein Lava. Da waren Diamonds, die ich gefunden. Ich habe eine Kiste wieder, ich habe wieder eine Kiste. Ich bin ja total getrennt von euch. Du hast doch ein Bucket. Mach doch. Ich habe zu viel Angst. Ich habe zu viel Angst. Warum fließt die Lava hier unten? Oh, ich habe Brot, Lapis und Horse Iron. Also ich habe hier wieder eine schöne... Oh shit, hier brennt der Boden. Entschuldigung. Das war's nicht, weil ich... Ich habe die Lava umgeleitet. Echt? Nein. Nein. So shit. Krass. Aber hier ist so saudunkel, ich brauche Licht. Ich habe Angst. Ich bin an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mich nicht mehr freue, wenn ihr Diamonds findet. Du musst einmal Selbstrecher finden, dann ist es dir schön. Ich fühle mich so extrem nutzlos. Oh, meine Eisenschwitzhack ist fast kaputt. Oh, 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 oh. Was müssen wir eigentlich... Woran liegt das? Liegt das an mir? Ja. Dass ich keine finde? Das ist dumm gegründet. Du hast nicht zu viele Gedanken gemacht über das Spiel. Ja, wir haben keine Ahnung, deswegen top das. Und du hast weniger Abos. Ja, die gern Abos. Stanplay hat 100 Abos. Halt die Fresse, du hast 100 Subs. Was willst du denn? Da sind 600 kombiniert. Ich habe so Angst gehabt vor der Lava, als der mich verfolgt hat. Oh Mann. Ich habe so viel shit dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Lava trennt mich von dir und du hast mich im letzten Part schon dreimal mit deiner Scheiß... Ja, aber ich esse es so dunkel. Ich esse es so dunkel. Ich werde jetzt Dias finden. Ich bin scheißegal. Es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Oder meine Augen gewöhnen sich nicht mehr an die E-Sie. Stan, ich mag es nicht mehr. In diesem Projekt sind wir ab jetzt Feinde. Killt euch mal. Ich mache mir einen Diamondspitzhack, I don't care. Wenn ich dich sehe, ich werde dich hitten mit meinem Schwert. So lange bist du tot bist. Ich werde dich auch hitten. Ich bin faul. Ab jetzt in diesem Projekt. Diamondspitzhack gefunden, Gold gefunden ist mir scheiße. Weil mit der Eisenspitzhack bin ich zu faul, als abzubauen. Das dauert so lange. Ey, ich habe hier achtmal Gold gefunden oder was? Sonst ist mir so egal. Ja, aber das bringt auch nichts. Du bist doch trotzdem useless. Du bist so scheiße. Machen wir was Anständiges. Seid mal useful. Streng dich mal. Reiß dich mal zusammen, Rado. Ich streng mich hier so hart an, wie keiner von mir. Um irgendwas zu finden. Wir finden random, hey, hier ist Diamond 6. Ist okay. Ich würde jetzt noch mehr sein können. Der heitert mich immer auf. Ich baue mal einen Crafting-Tabel. Ich brauche Licht. Guck, wenn du... Ich habe schon wieder einen Durchbruch gefunden. Was unsere Kühe wohl oben machen. Was unsere Kühe wohl machen. Die sind entladen, ey. Die machen gar nichts. Ich bin auch auf Höhe 15. Wie soll ich denn hier Lava... Wie soll ich denn hier Dias finden? Ich habe doch Dias gefunden. Leute, ich habe noch mehr Diamonds. Nein. Doch. Oh, wie geil. Fünf. Oh, du. Oh, wie geil. Oh, ist das geil. Oh, ich habe elf Diamonds. Ich lasse ihn gefunden. Fünf nochmal. Ganz ehrlich, wenn ich Dias finde, werde ich das so krass übereditieren. Mit slow-mo, mit trauriger Musik, mit zurückblenden. Zeitlupe. Das wird für jeden Zuschauer der beste Moment in deinem Leben. In deinem? Der beste Moment in meinem Leben. Die Geburt deines Kindes. Das wird nicht so krass sein, wie der Moment, wo ich hier Dias finde. Alter, diese Hülle ist so big. Ja, einfach rumbauen. Bäufe alles ab, was... Hä? Diese Hülle ist so big. Lesben. Lesben sagen das. Okay. Der war gut, Bauer. Du weißt Bescheid. Der war gut. Das war so dreckig. Das war dreckig, als wenn der Priester den Jungen fingert. Fingert? Der Finger hat ein Popoloch. Aber du kannst es nicht explizit ansprechen. Dann wird es dirty. Dann denken sie alle, öh. Nee. Ich gucke nicht mehr. Das ist nur die erste Regel des Jokes. Du musst es mal antiefen. Die erste Regel des Jokes. Nur antiefen. Ich bin der Comedy-Typ. Ich habe die Comedy-Type. Erste Joke. Bardo is the Diamond. Ich bin the Diamond. Bardo, du hast noch keine Diamond. Shine bright like a Diamond. Ich habe in der vierten Folge Diamonds gefunden, als zweiter. Das war in der Höhle. Du bist nur rumgelaufen, das Bullshit gemacht eigentlich. Was my first love. Du hast eigentlich schon mal Diamonds gehabt. Warum feierst du das nicht? And it will be my last. Ey, ich kann jetzt wirklich mal die andere Diamond-Axt... Diamonds! Diamonds! Echt? Ich habe einen gefunden. Einen. Ich habe einen gefunden. Einen einzigen. Und unten drunter Lava-Plops. Ein zweiter. Ein zweiter. Oh, Diamonds! Oh, sehr schön. Scheinbräut like a Diamond! Oh, Diamonds! Oh, Diamonds! Ich muss ein schönes Moment in deinem Leben. Ich muss ein schönes Moment in deinem Leben. Schön ist die Geburt deiner Kinder. Ich baue hier jetzt eine Brücke. Ich habe Diamanten gefunden. Ein wie niemand kehrt. Erstmal Wasser draufkippen. Ja, ja. Ich muss das weinen mit Wasser. Aber ich habe nur zwei gefunden. Wie erbärmlich ist das denn? Ich habe sechs, fünf gefunden. Ich habe ganz drumherum gebaut. Aber nur zwei Diamonds. All die Höhle ist so groß. Aber egal. Oh, komm her, Diamonds. Doch, noch ein dritter. Oh, Diamonds. All die Höhle ist so seltsam. Gerade groß ist komisch. Ja, ne? Bist du bei mir? Oh, das ist der stolzeste Moment im gesamten Raum. Ich bin gerade hier in gefährlichen Gebieten. Oh, shit. Ich brauche einfach runter. Hier ist überall Gold, Eisen, Eisen, Eisen. Oh, hier ist noch eine Höhle. Noch eine größere Höhle. Was ist denn das, ey? Hier geht es ja noch weiter. Why? So glücklich gerade. Endlich hat Bardo seinen Eisen und Diamanten. Eisen. Ich habe Eisen. Leute, ich habe Eisen. Ich habe Eisen, Leute. Ich habe Eisen gefunden. Alter. Oh, noch ein Dia. Oh, das waren vier Dias, glaube ich. Ja, siehst du, hast du doch nicht so gut gebaut. Oh, vier Dias. Du hast die aber schon mit einer Eisenspitze abgebaut, oder? Ne, ich habe es mit der Stein. Mit der Faust. Hast du ernsthaft mit Stein? Ja, aber die sind irgendwie nicht gedroppt, aber ich glaube, die sind in meinem Inventar irgendwo. Dein Ernst jetzt? Troll, troll, troll. Ich bin jetzt hier mit Trollen. Okay, ich darf schon. Alter, das ist der stolzeste Moment in meinem Leben. Hätte das sein können. Dir trauen wir das zu, das ist es ja. Ich bin in der Wüste am Arsch der Welt. Hätte ich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Corrupted, bist du auch raus? Ich baue gerade hoch. Ich bin mal nicht da. Okay, die Höhle ist einfach, wenn man vor unserem Ausgang einfach runtergeht. Ach, hier kommt Sand runter. Ja, ich baue es gerade ab. Oh, ich bin da. Ja, wenn du Sand hast, dann bist du da. Und ein Creeper ist, glaube ich, auf der Brücke explodiert. Da fehlt ein Ding. Ja. Ach, wir sind auf dem Berg. Wir sind auf dem Berg im Sand. Ja, da bist du. Corrupted, bin ich wohl. Hallo. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich komme einfach mal hier hoch und wir gucken. Doch, ist es fertig. Ich bin ein paar dafür, dass wir selbst gesprächen. Oh, Alter, wo sind wir denn? Ich füttere jetzt die Kühe, Mann. Es sind ganz viele Kühe. Hä? Ich würde den Leben einhoffen. Heißt denn? Äh, siehst du irgendwas? Nee. Irgendwas, was bekannt ist? Okay, entweder in der Richtung oder in der da. Eins von beiden, bin ich sicher. Was ist das für ein Weg hier? Alter, shit, wo war unser Haus nochmal? Ist ausgeleuchtet, müsstest du die eigentlich finden. Nee, wir können gar nicht so weit sehen. Oh, shit. Ich lauf mal hier, wo die grünen Wiese sind. Ich lauf mal in die andere Richtung, wo es grün ist, okay? Vier Dias. Pampf. Alles wieder alleinverfahren. Ich sehe Pferde. Ich scheine weiter weg zu sein. Okay, wir suchen einfach überall. Wir sind einfach mitten der Wüste. Nee, ich sehe Esel. Und die Samen? Ich habe genug dabei, dass ich nicht verhungere, das ist schon ganz gut. Ja, wir müssen vor allen Dingen vor Nacht wieder zurückfinden. Ich helfe euch nicht. Alter, Stan. Alter, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Heilige Scheiße. Nee, eine andere, komm mal her. Eine andere meinst du? Dude, komm mal her, komm mal her. Achtung, jetzt guck mal hier runter. Oh. Ne? Ja. Ja, da waren wir doch, oder? Ja. Da ist Lava unten. Da ist ein Lava-Fluss runter, siehst du das? Seid hier noch in der Wüste? Ich würde mal gucken. Nee, wir sind irgendwo hier in Grünland. Crap, wir verschwenden nicht so viel Zeit, es wird bald dunkel. Zombie. Ich bin Survivor, ist okay. Sieht ihr das Wasser? Dann könnt ihr da den Fluss mehr laufen. Nein, wir sehen gar nichts. Hier ist ein Zombie mit Schwert. Ah, hier sind sauviele. Oh fuck. Okay, Leute. Leute, ist das... Oh fuck. Oh no. Oh man. Ihr werdet dann einen geschenk Survivor. Oh no. Ich bleib lieber bei den Kuh. Wir sind das letzte bisschen, weil wir soweit voneinander entfernt sind. Nice. Aber doch, es passt. War nicht so gefährlich, wie ich dachte. Zombie ist in Null Gefahr. Wo ist der Weg? Wo ist unser Zuhause? Nach Hause. Mir geht das Essen leer. Hallo Kuh. Nach Hause telefonieren. Wir müssen mal eine Kuh töten. Ich töte mal eine Kuh. Ja, töte mal. Tschüss Kuh. Du bist froh. Ich glaube, es war zu viel Massentierhaltung. Deswegen konnten die auch keine Liebe aufnehmen. Ich kann die nicht mit Weizen füttern. Ich glaube, ich habe gerade jeden... Ja, töte zwei Stück und dann... Ich glaube, ich habe jede Kuh hier drin gerade Weizen gegeben. Und die haben alle gebankt. Deswegen sind jetzt glaube ich ganz viele... Okay. Zu viel gebankt. Hast du gut gemacht. Kann ich auch Schweinweizen geben? Oh fuck, Alter. Wo bin ich denn jetzt? Vor allem, ihr habt vorhin den Überlebenskampf und ich kann Schweinweizen geben. Das ist mir wichtig. Kann ich spinnen mit Wasser? Das ist cool, das ist cool. Aber kann ich den Weizen geben? Das ist cool, aber... Das ist schön. Wait, wait, where is more? Alter, hier geht es so unglaublich tief runter, wo ich gerade bin. Holy fuck. Okay, ich muss irgendwie zu dem kommen. Ich habe Angst, dass gleich Nacht wird. Oh man. Macht keinem Lutz in, Jungs. Ihr dürft nicht sterben. Doch, dürfen wir. Du willst jetzt sterben. Bardo, Bardo. Gib mal deinen X durch. Wo bist du? X und Z. Oh, oh, oh! Oh! Mich hat ein scheiß Baby-Zombie den Berg runtergeworfen. Die Baby-Zombie sind doch Extremis. Das sind Bitches, ey. Lass mich aber erst was essen. Ich habe nichts. Wollt ihr fighten? Is, is was du willst, aber ich fick dich gleich. Is, was du willst, aber ich fick dich. Änder mein Beitrag. Holy shit. Oh, ich werde von mir rauskommen. In welche Richtung bist du gelaufen? Wieder zum Sand? Guck auf das Z und dann plus 84. Dass du bei plus 84 bist. Okay. Also in Richtung plus 84 laufen. Du bist immer arschig. Ich fick dich. Yay! Macht ruhig. Lauf doch. Lauf doch. Da draußen sind ganz viele Monster. Gib back, Stan. Aber die Monster sind immer noch besser als das, was sich drin erwartet. Lies und Stan, okay? Ja, 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 und ich mache diese Tür zu, damit wir auch nicht. Ihr könnt ja immer Blutschüler schafft machen. Nein. Stan, du musst die Blutschüler schafft nicht mit dir. Okay. Das war war, das war Corrupted. Ich wollte kurz Armut laufen. Können wir Markus eigentlich den Stapel umbringen? Ich sehe dich. Au! Oh ja. Oh, ja, ja, ja. Hör auf. Nein. Au, 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 okay. Alter, nein, was schoßt du da? Ich will leben. Der hat mein Fenster kaputt gemacht. Ich will leben. Der hat mein Fenster kaputt gemacht. Ich will leben, Mann. Wie viel leben machst du denn? Hör auf. Leute, ich hab mich so viel. Okay, okay, komm zurück. Ich bin fast tot. Okay, komm zurück. Wir laufen zurück. Oh, das war ein Bluff. Ich war voll. Ich traue Stan überhaupt nicht mehr. Ihr Freund, du bist einfach broken jetzt. Ich traue Stan überhaupt nicht mehr. Ich traue Stan überhaupt nicht mehr. Ich traue Stan überhaupt nicht mehr. Nein, 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 tust du nicht, tust du nicht, tust du nicht. Das war's für den Teil. So, das war's für den Teil. Tschüss. Nein.